Die Serie das rote Sofa, dann eine Serie mit bekleideten Frauen, die da so mehr oder weniger frech in die Gegend schauen und selbstbewusst vor allem. Auch manche kennen das vielleicht aus der Kronenzeitung, das ist manchmal am Sonntag bei der Gerti-Sänger-Kolumne. Da geht es um Frauen, um selbstbewusste Frauen, um die Stellung der Frau in der Gesellschaft, das versuche ich ein bisschen aufzuarbeiten. Das mache ich schon sehr viele Jahre. Also da sind auch einige Arbeitsbeispiele aus meiner Werkphase drinnen.